Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Videoreihe zum Thema Elektromobilität. Der Bereich Elektromobilität nimmt ganz rasant an Fahrt auf und es kommen immer Fragen zu diesem Thema auf. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir ein paar Videos, um diese Fragen zu beantworten. Ich bin die Maggie von Volvo Trucks und ich stehe hier heute mit meinem Kollegen, dem Benni. Hallo Benni! Hallo Maggie! Benni, fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Gibt es eigentlich schon Elektro-LKW zu kaufen? Ja, gibt es. Du hast das eingangs erwähnt. Das Thema Elektromobilität nimmt bei uns immer mehr Fahrt auf. Das wird auch getrieben durch die hohe staatliche Förderung, die wir hier in Deutschland haben. Und wir verkaufen seit 2019 unseren vollelektrischen Volvo FL und Volvo FE. Das sind Fahrzeuge für den städtischen und für den regionalen Verteilerverkehr. Super! Und gibt es auch weitere Modelle oder wird es weitere Modelle geben in Zukunft? Ja, es wird weitere Modelle geben. Nicht zuletzt durch die staatliche Förderung merken wir auch, dass immer mehr Interesse seitens unserer Kunden da ist. Und wir werden in Zukunft neben dem Volvo FL und dem Volvo FE auch unseren Volvo FM, unseren Volvo FMX für den Baustellenverkehr und unseren beliebten Volvo FH als Batterie-Elektro-Fahrzeug verkaufen. Ja, vielen Dank, Benni. Das war das erste Video. Wir haben aber natürlich noch viele weitere und von daher würde ich sagen, bleibt dran und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. So, und wenn ihr keins unserer weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren YouTube-Kanal. Und falls ihr Fragen habt, die ihr gerne in einem weiteren Video beantwortet haben möchtet, schreibt uns einfach eine E-Mail. Schöne! Schöne!